Ja, ich freue mich, dass in solchen Zeiten wie Corona wir als äußeres Zeichen die Fahne heute aufhängen, um allen zu sagen, wir schaffen das gemeinsam, die Vereine sind eine wichtige Stütze und deswegen freue ich mich, dass der Mainbauverein heute diese Fahne wieder aufhängt. Der Mainbauverein, deutsche Erde, Vaterland, über deine weiten Garten, wo er seine Segens hat. Er behüte deine Freude, schirme deine Ständen auf und erhalte dir die Farben seines Himmels weiß und blau. Er behüte deine Freude, schirme deine Ständen auf und erhalte dir die Farben seines Himmels weiß und blau. Er behüte deine Ständen auf und erhalte dir die Farben. Liebe Neuräder, wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die es möglich gemacht haben, diesen Film zu drehen. Bei Michi für den Ton, beim Chris für das Bild und vor allem bei allen, die mitgemacht haben für ihre Einsendungen, für ihre Beiträge zur Mainbau am Neuried Bayernhymne. Ich hoffe, wir konnten euch damit ein bisschen Freude und ein bisschen Trost in eure Gärten, in eure Wohnzimmer bringen und vor allem ganz, ganz viel Vorfreude auf das nächste Maifest im kommenden Jahr. Bis dahin, bleibt gesund und Gott schütze euch. 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 Vielen Dank.